Wir haben hier wieder eine zweispurige Einbahnstraße und wollen hier links abbiegen. Das kann man auf der linken Spur machen, da ist auch ein Pfeil zu erkennen, linksabbiegerpfeil. Aber das kann man auch von dieser Fahrspur hier machen. Hier auf dieser Fahrspur ist kein Pfeil, das heißt man kann in alle möglichen Richtungen fahren, die da sind. Und da eben halt dann ganz wichtig, dass ich auch da wieder die Orientierung habe, mehr spuriges Abbiegen und ich bleibe auf der rechten Spur. Oft kommt hier der Kommentar, ja, weil ich will ja in der Einbahnstraße beim Linksabbiegen mich links einordnen. Ja, ich kann auch da dann an der Stelle mich links einordnen beim Linksabbiegen, muss aber dann dran denken, dass ich dann wirklich das Abbiegen komplett durchziehe auf der linken Fahrspur.